Was wir tun ist... Rockbeat! Ich brauche nur 10! Los geht's! Ah ja! Let's go! Okay... We're not taking that brand new tour bus Four wheeling over that field, okay? Just turn right up ahead And we'll cruise down the main road Nice and easy! Whoa, whoa, whoa! Detour! Don't panic! There's no thing they're doing! Just keep moving! I'll take care of these guys! Yeah! Die Musik wieder! Yeah! Yeah! Coming through! Grab! More bikers! Monkey! Scamels! Got'em! I'll be a little bit! Okay! They get the time! They make sure they're getting awesome! Power, fucker! They have all kinds of fun! They have to now really like me to do the cover! Aber auch wenn man die jetzt tun kann, ist das schon ziemlich cool, um zu aufwerten. Ich muss dann auf der Straße bleiben. Wo denn? Ja, die stehen bleiben. Ah, Kacke auch. Lenkung. Scheiße. Ja. Oh, fuck, Alter. Scheiß Auto. Das kommt gefälligst her, Alter. Stöhnt euch alle. Seht euch nicht mit mir an. Ich sehe mehr Tick-Coppers hier, Eddie. Ach ja, die Musik macht jetzt immer wieder alles raus, ey. Das kann man gar keine schlechte Laune kriegen hier, oder sowas. Macht doch Spaß. Das ist schon ziemlich geil, was die Basti entwickelt sich hier ausgedacht haben. Hey, Boss. Ich glaube, wir sind hier. Klatsch. Das ist die Hauptstädte von Lionwhite. Das ist die Hauptstädte von Lionwhite. Und außerhalb, die Klebe von der Impaler. Lionwhite's Tower ist nur auf der anderen Seite. Was sind wir warten? Was sind wir warten? Mangus. Ausladen den Bus. Wenn ich zurückkomme... ...Battletime. Total victory! Tell Mangus, wenn es battletime ist. Tja. Oh, guck mal, da haben wir so ein Jägervieh. Wollen wir mal ausprobieren, wie viel mehr Damage wir jetzt machen mit so einer coolen Axt. Oh, verreckt doch endlich. Mist viel. Naja. Komm, das machen wir jetzt noch, oder? Machen wir das jetzt noch? Klar. Yes, man. Mangus. Die Stunde der Rock ist auf uns. Oh, Mann. Okay. Brake, Leute. Die Hände sind nicht von uns, oder? Das sind nicht von uns. Oder sind die vom Gegnern? Hä? Oh mein Gott. Geh weg von diesen Fans! Du, du Leecher! Haa. Haa. Boss! Eddie! Mein Beah. Warte mal mit seinem Rücken. Ah. Ja. Du. Edward! Lol. Alter. Was haben die sich hier ausgedacht? Alter. Geile Sache. Sie haben ihre Bladen mit Demons-Venom gebrochen. Sie haben mich daran gebrochen, dass sie ihnen eine Danke-Note schicken. Ich fühle mich groß. Du musst auf dem Bus stehen. Ich weiß, dass du alle furchtigst, aber ich versuche dir, ich fühle mich gut. Ich habe mich mit einem solchen Dämon-Dämon-Venom gebrochen, aber ich bin sicher, dass die Effekte sind. Ich bin noch dein Kind, Eddie. So bevor diese Infection verbreitert, ich sage, dass wir es zu unserer Vorteil haben. Wir lassen uns nicht die Bladen von den Titans-Venom. Er ist richtig. Alle, vorbereiten uns für die Kriege. Der Krieg ist auf dem Feld. Ich hatte Angst, dass das passieren würde. Geh' nicht über mich, ich wollte immer Wings. In Wahrheit, als ich ein Kind war, habe ich immer über das trinken. Ich hoffe, meine Eltern waren falsch über das. Wie jetzt? Hey, alle? Na ja. Ähm. Okay, F to fly. Ja! Hell ja! Das ist großartig! Hey Lars, ich kann dein Haus von hier sehen. Von diesem neuen Vantage-Pointen kann ich wirklich sehen, was das Problem ist. Ein paar grossen Fan-Lechs, die unsere Fans älten. Wir haben bereits wusste, das! Silence, Groundwalker! Jetzt, das erste, was wir tun müssen, ist, diese Leechs weg. Okay. Welchen müssen wir erst attacken? Halt und benutzen, um den Beacon zu setzen. Kannst du das Licht aus den Himmeln aussehen? Licht selbst, jetzt! Dieser Mann! Da! Die drei Leute haben wir. Geil! So, du kannst aufzusehen oder aufzusehen, aufzusehen, blablabla. Und zu Land, wieder. Was macht denn der? Oh. Nein, schlechte Idee. Ah. Zuerst mal Fans holen. So, und jetzt noch das andere Fiegen. Äh. Äh. Verkunde, hör mal auf zu ballern hier. Ist ja nicht mehr schön. Ah. 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 So, dann, äh. Oh, Mann, ey. So, dann, äh. Was ist das da eigentlich? Kann ich eigentlich... ... den Typ hier irgendwie umbringen? Ja, kann ich. Ja, kann ich. Ah. Ach so. Oh, okay, ja, jetzt haben wir's. Verpiss dich! Junge! So, jetzt das nächste Solo. Oh. 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 Well, das ist mein Stück. Oh. 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 Das war für die Band! Was für eine verrückte Melodie! Das war für die Band! So, dann haben wir hier noch irgendwelche... So, dann haben wir hier noch irgendwelche... So, dann haben wir hier noch irgendwelche... Ah, da ist unsere Armee! Ah, da ist unsere Armee! Da haben wir noch so'n Ding! Hm... Ah, dann, äh... Sag ich mal, die Armee soll mal herkommen! Was hängen die auch da hinten rum, die Gesäcke? Die da vorne müssen kämpfen, weißt du? Alle mit, dann, mehr nach! Ach... Was? What the fuck? Geile Scheiße! Aber egal, ich muss jetzt, äh... Ja, war schön mit, ja... Und alle mit! Hey, auch! Oh! Hey, ich weiß dich! Warst du auf der Gyr? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Jaaaaaaah! Fuck! So, und jetzt haben wir hier die Leute... Und ich muss Live White's Castle auswählen... Und hinterher bitte! Hä? Ach, die schießen wohl! Ach, wir haben da unten noch Live White... Oh, ja, ja, Ruhe jetzt! Ich muss das jetzt zu Ende machen! Ach... Diese Wände sind wirklich ein Schmerz! Und auch... Was ist denn das hier? Keine Ahnung... Aber ich hab gesehen, hier ist noch ein Solo zum Lernen... Ich mag das! Recall Flag! Summon the Rally Flag to your current position! All new squads will go to Rally Flag after jumping off your stage! Okay... Dann sag ich mal... Wieso mal schneller? Rally Flag here! Oh ja, hört mal auf mich zu schießen... Ich muss jetzt mal einen Rally Flag Solo machen... Bist du schon ganz was? Ich muss jetzt mal wieder gobern! Cut, hier! Okay, bitte nicht mich töten gerade... Ich hab keinen Lust drauf... Jaja, äh ich geh an die raus... Ich will nur das Solo hier alle lernen... Oh ja! Rallye Army, ordre alle Truppen auf der Bedeutung zu Ihrer aktuellen Location, egal ob Distanz. Das sei. Feinde! Die Stech! Die Stech! Die Stech! Aaaaaaah! Oh, crap! No, kommt jetzt hier, General! Serpent, watched. Guck! Eee. Fly away. So like you! Aw, man, I hate these guys. Edward, I need to get up and look around. Was ist denn da? Schau mal, wo? Was ist denn da? Was ist denn da? Wie auch immer, das hieß. Na egal. Ah, jetzt können wir das Ding hier nur nehmen. Sehr gut. Also sozusagen einen Turm haben wir jetzt. Das Spiel ist echt Hammer irgendwie. Was sagt denn, die sollen die Tür kaputt machen und dann kommen die alle in die andere Richtung gerannt? Naja, egal. Die. 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 Brutal victory. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ich hätte besser gewusst, was man denn wusste.